Ist glaube ich, ist gerade jetzt eine gute Gelegenheit, um zu sagen, dass Prime kostenlos ist. Also, falls wer noch ein Prime über hat, ist das ein guter Zeitpunkt, das zu sagen? Ich weiß nicht. Also, oh mein Gott. Oh mein Gott, Digger. Das waren gerade 400 Zap-Gifts von KickV. Ähm, nein, ich bin da wirklich erst gerade, was, Kopf, ich bin raus, Bro. Ich bin, also mein Kopf ist Matsch. Ich, ich weiß nicht, wie ich da sagen soll. Also, also, sprachlos. Alright, sprachlos, Leute. Einfach verdammt nochmal sprachlos, ja. Ich, ähm...